Karneri-Asana ist die Stellung des Meisters Karneri. Karneri ist der Name eines Hatha-Yoga-Meisters, der in der Hatha-Yoga-Pradibhika im Vers 7, erstes Kapitel, erwähnt wird. Er gehört zu den großen Siddhas, den großen Vollkommenen des Hatha-Yoga. Die Stellung wird wie folgt beschrieben. Nun, bringe den rechten Fuß in die Hüftbeuge des linken Oberschenkels. Beuge das Knie und gib den Fuß, also den linken Fuß rechts neben das rechte Knie oder so weit wie du kannst. Gib dabei den rechten Arm links neben das linke Knie und fasse mit der Hand an den Fuß. Dann gib die linke Hand an das linke Ohr und atme gleichmäßig ein und aus. Diese Stellung ist die gleiche wie Kubana-Asana und es ist eine ähnliche Stellung wie Purna-Matsyendra-Asana. 4 3 4 5 6 6 7 6 7